Ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Jetzt schauen wir uns erstmal hier drinnen um, würde ich sagen. Noch mal einen Blick auf den Plan, den wir haben. Das ist dann wohl unser Weg. Wenn wir irgendwo eine Medizin finden, dann wäre es der Ort, um zu schauen. Die Flügel sind in einem Schild von dem Spielplatz. Es ist nur außerhalb des Stärkens. Oh, wo wir schon mal hier sind, vielleicht finden wir ja was für Clementine. Na, das wäre doch schon was. Ich würde auch Fibu mitnehmen. Malbücher. Teddy. Na, fast. Any reading material would be nice, once we get on that boat. No power, no TV. Hey, you need any help with that? Thanks, I got it. Just once, I'd like to do something useful, you know? You're plenty useful. Ha, yeah, right. Seems like all I ever do is get us into trouble. Well, I'll let you get on with it. No, wait. There is something you can help me with. Something that's been on my mind. I could use your opinion. What is it? It's Kenny. Since I've been helping him work on the boat, I've gotten to know him a little better. He's a good guy, you know? And it's eating me up, knowing what I know. I've been thinking about telling him the truth. Ben, come on. This again? It's my fault, Duck and Katja got killed. If I hadn't screwed up back at the motor in, they'd still be alive. How am I supposed to just carry something like that around? I have to tell him. Ai, 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 ai. Ne, das geht gar nicht. Ben, no offense, but have you lost your motherfucking mind? Kenny's barely hanging on. You tell him you're the blame? I don't even want to think about what he might do. I know, I've thought about that. But I don't know how much longer I can keep looking him in the eye. I feel like I'm lying to him by not telling him. I'm telling you, man, it's a bad idea. Real, real bad. Hey, maybe you're okay walking around with somebody's blood on your hands, but that's not who I am. I can't just pretend it never happened. Look, we need Kenny. We need him to hold this shit together before we're ever gonna get out of here. So you need to keep this to yourself. For the good of everyone. You hear me? I hear you. I'm gonna get back to this. Hm. Nee. Das sollte er noch nicht sagen. Oh, Käsekästchen. Hab's gehört. Ja. 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 Das scheinen die Regeln zu sein, hier. Nothing in there. The alleyway to the auto shop's down here. You coming or not? Ja. They've already been fired. They're worthless. Too bad I don't know the combination to any of these. You can't open it without the combination. Okay. Die sind beschäftigt. Das ist unser Weg. This must be the door to the alleyway, where the auto shop is. But where the hell is Molly? Molly? You out here? I guess I'm not going that way. Auto shop must be down this way. Oh, you. Damn. Hm. Hm. Also dieser Schatten erinnert mich daran, dass wir ja eigentlich auch noch die Identität rausfinden müssen von dem Kerl, der da an dem Gitterstäben stand. Ihr erinnert euch? Das hält auch nicht, oder? Joa. Klar. Und zurück. Das hält auch mal auf. Hm. Hm. Wir brauchen Hilfe hier. Na da ist doch die Hilfe, oder? Wo bist du denn? Also das scheint mir etwas Persönliches zu sein. Ein Wissenschaftler oder ein Doktor, vielleicht? Ja, naja... Er ist kein Schein. Hast du uns einen Weg in gefunden? Ja, aber die Geräge ist veröffentlicht. Wir können es nicht aufstehen. Nicht ein Problem. Schau mal, was ich gefunden habe. Oh ja, das funktioniert. Das ist mir nicht so cool. Oh ja. Oh ja. Ach, der lebt noch. Schau mal. Ich werde sicher, dass keine Stragler unter der Tür kommen. Oh ja. Vielleicht gibt es eine Fahrrad-Batterie, die wir für das Boot nutzen können. Huh. Ich konnte was sehen, ob die Batterie sollte sein. Aber es ist nicht. Perfekt. Es sieht aus, dass Crawford ihre eigene Semi-Trucke hat. Das ist ein Problem. Das ist das Panel, das kontrolliert den hydraulischen Luft über da. Es sieht aus, wie es die Hände für die hydraulische Luft. Mehr von Crawfords Regeln. Wie kann jemand so leben? Ich würde lieber meine Chancen auf der Seite nehmen. Das ist doch bestimmt kein Strom. Kein Kraft. Es ist in der Karte. Kein Weg in. Das Blinken muss sein. Das Blinken muss sein. Das System ist ein Antitheft. Eine gute Chance für die Arbeit zu sein. Wenn ich da einen Weg nach oben bin... Aber ich ahne einiges. Alarmanlage. Okay. Sprechen wir doch mal hier mit Molly. Okay. 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 So, jetzt kommt Hilda zum Einsatz. Na dann. Oh. Oh. Okay. Oh. 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 Follow me! Move your ass! Great! Now what? Skylight! It's shut! Shoot it out! Yeah, super. Und wir? Ach, klar. Nee, nee, ne? Also ich weiß nie, ob die das hätte schaffen können. Ich schätze immer auf 50 Kilo. Den Lee auf noch 75, 80? Nee, echt nicht. Oh, Mann, 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 Mann. Also ernsthaft, probiert das bitte nicht zu Hause. Der hat das Mädel mit in die Tiefe gerissen. Ah, ja. Was machen eigentlich die anderen? Ach, die sind noch nicht drin. Ihr braucht noch keine Hilfe? Danke, aber ich denke, wir sind fast vorbei. Wir haben uns geholfen, Lee. Keine Angst. Aha. War vorhin schon die Hand hierbei? Ja. Oh, oh Gott! Mach mal den Kopf da raus, Mensch. Fuck! Fuck! The doors won't close, I'll wake! Lee, do something! We got it! Frank, the door was open! Was so an accessible. Think that'll hold? Damn well better. There's so many of them. You got the fuel. Let's not start high-fiving each other just yet. Let's not start high-fiving each other just yet. Let's get the hell back to the classroom. Give us a hand with these fuel cans. They weigh a goddamn ton. Hey, how'd you guys make out? We got the fuel. Awesome. Good job, guys. How you doing with that door? Not so good. Here, let me give you a hand. Did you get that battery yet? Yeah, Molly has it. She should be back here soon. She'd better be. Okay. Hey, Lee. Thanks for all your help back there. I don't think we would've made it without you. No problem. We're all on the same team. So you're a cancer survivor. Like Vernon and the others. Yeah. I was diagnosed when I was in college. Been getting treatment ever since. Just when I was starting to get better. When I thought there might be some hope. All of this happened. Lost my whole family. I'm the only one who survived. Funny how things work out, huh? How long have you known Vernon? Couple of years. He ran our support group. He was really great helping me come to terms with my disease. But how do you come to terms with something like this? With a place like Crawford? I don't know what I or the other survivors would've done without Vernon. He's the one who held us together. Kept us alive. What do you think about this whole Crawford situation? I'd rather not talk about it. Too many awful memories. Even being back here gives me a bad feeling. Even now, with everyone dead? I got no sympathy for what happened to these people. They weeded out the sick and the old. Even children. Those least able to defend themselves so that they could save their own skin. Whatever happened here, however Crawford fell. I consider it poetic justice. Damn girl, that's cool. That's how I feel. If you saw what I saw. I feel the same. I'm a little busy here, Lee. Maybe you should go get that battery or help with the medicine. Yeah. Eine Gruppe fehlt noch. Aber das klären wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Und Tschüss.